Der arme Mann, das sieht behindert aus. Warum machst du denn das Hintergrundbild? Mein Arsch, bisschen Büsseldorf, Dicker. Ey, das ist die neue Sorte. Ach, crazy. Kurupa, kurupa, kurupa. Masgakukaki? Sieht aus wie eine Lasagne. Weiß ich nicht. Hellblau und Weiß sind die Besten. Dicker Junge. Anstatt, dass der hier parkt, damit er hier einsteigen kann. Wie bist du hier rübergekommen, ist die Frage? Ich finde, ich habe schon wieder laufen. Ich finde, ich habe Angst schon. Ich habe seine Arzt. Nein, 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 lass das. Bruder, das wird nicht funktionieren, so wie du das machst. 2,17 Meter. Keine Sorgen. Was der Rohan alles nicht filmt, was Kato macht, das ist Wahnsinn. Widerlicher Mensch. Ja, guck mal, das ist ein Geil. Hast du das gerade gesehen, was er gemacht hat, als du Edis erwähnt hast? Ja. Da hat er seine Lache imitiert. Das macht er immer, dieser Drecki. Du brauchst gar nicht so gucken. Hast du gehört? Er sagt, gibst du mir einen Blow? Nein, nein, Low, Low. What? Blow? Warte mal, was sagst du überhaupt? Wie? Warte mal. Warte mal, den hat er zu. 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Er hat er zu. Oha, oha. Stark. Hau mal, sind wir fit? Der hat vielleicht schon Kraft, ne? Ja, ja, der hat Kraft. Wie so ein Wüffeln, ne? Ja, und wie so ein richtiger, ist klar. Ich wollte was sagen. Guck mal, komm. Ja, was hast du denn da? Ich wollte irgendwie einen, wie ein... Wie was? Wie ein Zerach. Wie ein Brille? Nein, das war richtig. Hi, wann? Ich geb deinem Bruder eine White-Axe. Warum sagst du das White-Axe? Ich hab auch ohne White, also Ding. Hast du irgendwie Obst oder so? Ich hab... Obst, Obst, Gemüse? Ich hab Wasser, wenn du willst. Wasser. Wasser? 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 Ja, wegen Durst. Achso. Ja, dann ist okay. Hölder an der Wandslaufe, geil, ne? Shoutouts Red Bull, ich höre die Tränke seit Tag 1. Sponsor mich. Ich bin der größte Younger in Deutschland seit drei Jahren, wenn die Freunde da draußen bin. Waterdrop auf die 1. Ich bin Red Bull seit Tag 1. Waterdrop, wenn ihr das seht. Ich würde auch switchen natürlich an der Show. Das ist das erste Mal, dass mein Arsch Sonne siegt dieses Jahr. Das ist crazy. Motherfucker Flow, wie kein Schatz, ey. Oh, jetzt Luciano, ey. Oh, jetzt Luciano, ey. Brrrr. Brrrr. Emily fragt, hat Rort ne Frage. Rort antwortet einfach so. Naja, das ist crazy, das ist crazy. Bruder, stabile Kopfhörer, mein Bruder. Ah, Bruder, yeah, gern an dir, ne? Ich bin da ganz transparent, also ich hab jedes Team hier gesehen, alle sind motiviert, alle klatschen sich ab, alle trainieren hier, machen sich warm. Mein Team war oben in der Longe, die haben alle TikTok-Dance gemacht, 4 Girls. SL, Benzer und so, die Felgen aus Chrom, der Lack frisch Carbon, Offenbacher. Das ist mein Team. Hallo. Ey. Mann, das sind wirklich nur die Ausländer. Ey, 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 ey. Die Schweine, ey. Bruder, der geht grad mit mehr Einsatz rein, er ist gleich noch mal. Er wird hier besser spielen als er. Ich wollte seinen Rücken knacken. Alter, Junge, was machst du? Deinen Rücken knacken? Ja, er hat er geknackt. Ja, was macht er da? Ein Team haben wir nachquem, ja? Hör auf, hör auf, hör auf. Ich muss damit werfen. Gerade bei sowas musst du einschalten. DJ, Sydney. Hast du schon für die Aktion hast du verdient? Das passt schon, das passt schon. Ey. Alter, Alter, Junge. Daddy, okay, ist doch richtig. Wenn du Arms gleich so um das rumdrehst, so, und ich drück nicht. Und wenn du drückst, viele ziehen immer nach hinten. Bruder, das drückt schon, das. Tere, Tere. Was lan? Ja, was lan. Sie redest du lan? Was, komm doch her. Willst du mir kämpfen bei? Ja, Bruder. Gegen wen willst du kämpfen? Irgendwann will ich dich packen. Achtung, Achtung, Achtung. Walros gestrandet. Fuck! 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 Wir haben Chef Strobel im Team. Hallo. Wir haben Dardesoba im Team. Basiel im Team. In these bits, Lars, I'm gonna go in the nowhere. Wer schreit eine Banane? Die lachen wegen was anderes. Die lachen wegen was anderes. Einfach Tränen in den Augen. Nein, er hat einen Witz erzählt. Er hat einen Witz erzählt. Warum beratest du? Ich stehe hier und esse meine Banane. Manchmal kriegt der Lachblech. Alter, das ist crazy. Bruder. Wenn ich mein Auto anmache, ich will erstmal sieben Sachen skippen, was alles falsch ist an meinem Auto. Digga, schaut mal, wo mein Arsch ist die nächsten sieben Tage. Er ist in dem Block. Ich bin B2. Das ist mein Block. Warum ist meine Tür offen? Oh, hallo. Hey, sorry. Alles gut. Bruder, die haben sogar einen Fluss. Was? Bruder. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrshernehmer. Nein, Bro. Nein, Mann. Nicht das rausholen, Bro. Was lacht er? Er kriegt auch eine. Bitte, Willi, Abi. 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 Oh, mein Auto. Oh, mein Auto. Ich hab... Oh. Ist das ehrlich? Ich mach jetzt. Komm. Nein, Bruder, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Willst du mal fahren, du Arschloch? Au. Ui. Okay. Ey! Oh. Hey! Oh. Holyっ. Ah! Ah! ich glaube... hehehehe das ist ganz easy wir haben einfach ganz easy Giri komm oh ist es ja ich bin Ich bin in der Land. Ey, ey! Ey, ey! Ey, er hat auf dich gezeigt. Warte! Man denkt, er kriegt Schlaganfall. Bruder, ich kann nicht mehr. Brau ihn! Brau, brau, brau! Oh, nein, das ist die Kette! Hält dich! Hält dich! Bruder, ich hab keine Kamera gemacht. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber jetzt ist es so einfach. Das Edis! Edis! Ja, ja, ja! 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 Hier, Edis! Nein! Ja, ja, ja! 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 Du wirst sehen, wenn du Mittwoch hier bist, okay? Hast du verstanden? Kannst du tauchen? Bruder, ich kann fünf Sekunden tauchen. Das ist Edis, okay? Er steht wieder auf? Wie ne alte Oma. Schwere! Wie ein Adidas-Anzug gedrückt wurde. Guck mal, wie er von hinten aus... Wow, wie er läuft! Musikvideo von Never Say Never, let's go! Was? Wär ich der Coolste in deinem Dorf? Ich sag schon. Du wärst der dritte Schwarze in meinem Dorf. Wieder dein Lowkey-Rassismus auf deinem Kanal, und Florian schneid das rein. Nein! Dann können die Leute ja mal sagen, was die Leute denken. Nein, das ist... Kato und sein Bruder sind die einzigen. Mit dir hat die AfD noch einen weiteren Wähler, ne? Das ist verrückt. Das ist crazy. Irgendein Eichwörnchen hat einfach in meinen Schlappen geschissen. Es macht wirklich ultra Spaß. Also, ich glaube, was so ein Event angeht, hatte ich selten so Spaß wie hier. Also, es ist so ultra, ultra chillig. Da oben ist Big A. Was willst du? Was? Warum kommst du so nah an mich ran? Nein, 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 verpiss dich. Nein, nein, verpiss dich. Das ist crazy. Bisschen Beine wie Willi. Was? Du willst jetzt erst, dass ich auf dem Video was Falsches sage. Das Video nicht falsch sagen. Nein, nicht was falsch zu sagen, aber vielleicht mal mit ihm reden, wenn er gleich darf. Natürlich rede ich mit ihm. Okay, sehr stark. Keine Edy. Sitzt sonst immer hier auf meinen. Go. L.A. We. Go. Wenn du so ein richtig frisch bezogenes Bett hast. Ja. Und du richtig bekommst es. Ciao.